Hallo Mensch, Hallo Mensch, Hallo Mädchen, Hallo Mensch, Hallo Junge, Hallo Mensch, Hallo Freunde, Hallo Mensch, Hallo Freunde, Hallo Mensch, Hallo Leute, Das ist meine Intro für Videos. Hallo liebe Freunde, hier ist nochmal alle Traurig, in diesem Video möchte ich wissen, wie man mit OneNote arbeiten kann. OneNote ist eine Software und ein Package von Microsoft Office. Microsoft Office hat viele Package dabei, zum Beispiel Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Access, sowas, so viel. Und das OneNote ist auch ein Package von Microsoft Office. Ich habe keine komplette Office in meinem PC, weil es so teuer ist, die Microsoft Office, ich kann nicht kaufen. Ich habe einfach nur einzelne Package von Office heruntergeleitet und das heißt OneNote. In diesem Video möchte ich genau wissen, wie man mit OneNote Software bearbeiten kann und die Anwendung von OneNote Microsoft. Los geht, habe ich hier geöffnet, einfach klicke ich hier und das ist OneNote. Wenn Sie oben gucken, oben sehen Sie nicht, aber hier ist OneNote und das heißt OneNote. So, denke ich, sehen Sie besser, hier ist Notebook. So, wie funktioniert und jetzt zeige ich mir, wenn ich genau wissen, wie das funktioniert und diese Seite, das ich vorgeschrieben habe, muss ich alles vergessen, einfach. Und wenn ich ein neuer, äh, ein neuer, ein neuer Notebook, ein neuer Notebook aufbauen, äh, zwei Methoden. Entweder hier recht klicke, Neo Notebook klicken oder gehen auf File und von hier klicken Sie hier Neo. So, wenn ich hier Neo klicken und, äh, äh, fragen, wo möchten Sie dein, dein Neuer Notebook speichern. Und das möchte ich nicht, ich möchte einfach hier klicken, von hier möchte ich Neo Notebook, äh, klicken, auch diese Seite kommen. Und nun möchte ich das, äh, einfach, äh, möchte ich in mein, das PC ist okay, das PC, aber wo in das PC? Und das, äh, weiß man auch nicht, wo, äh, wo speichert wird. Es ist besser, dass man hier klicken, erst mal Browse klicken, aus, äh, auf den Browse, wenn auf Browse klicken, nochmal hier, Browse Resent Folder. Hier klicke ich, hier kommt direkt bei Dokuments. Äh, bei Dokuments, äh, gibt es noch viel, äh, Custom Protection, Present 9 und auch nicht, vielleicht hier ist mein Dokument, gibt es auch nicht, hier ist, äh, alles so, aber, äh, ich guck mal noch, wo, ne, hier gibt es auch nicht. Ich, ich, ich möchte ein neuer, hier, Meufreundin, ne, bei Meufreundin nicht, das ist weg, erst mal möchte ich einfach in mein Desktop, genau hier, hier die Name schreibe ich, ja, ok, wann, OneNote benutzen, einfach, die Extension ist hier, dot o n i, dot o n i ist der Extension, äh, von, äh, OneNote, Microsoft OneNote, einfach direkt, wo es die Folder gespart wird, genau in mein Desktop, das PC in Desktop, ja. Hier habe ich ein neuer Buch, äh, äh, ein neuer Buch, äh, aufgebaut, hier ist OneNote benutzen, das ist, ja, wenn man ein 6er machen hier, und habe ich ein neuer Notebook, äh, gemacht, oder oder aufgebaut, oder aufgebaut, nun möchte ich ein 6ern, 6ern entweder, double-click, auf dem, äh, zum Beispiel, new section, und rename section, oder, äh, double-click, und kommt sofort, äh, hier, new section, und dann muss, einfach schreiben, was du willst, in diesem Fall möchte ich schreiben, äh, OneNote, äh, ja, ok, OneNote, OneNote Info, oder OneNote Info, oder OneNote vollstellen, einfach interclick, wenn ich interklicke, und schon hier, mein new section, OneNote Info, schon gemacht, was ist hier, und hier möchte ich das, äh, und hier ist die Title, Was heißt OneNote Info, OneNote Info, zum Beispiel, schreibe ich, einfach schreibe so, einfach schreuben, hm, 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 man so viel schreiben, was man will. Einfach so schreiben, was man, was man will, ja. Und okay, hier ist das so, ja, so random. Äh, ach so, hier ist random. Und klicke ich hier. Vielleicht kann ich hier ein neuer. Okay, möchte ich einfach fünf. Hier gibt es ein, ein wichtiger. Ach so, äh, das war eine schöne Funktion, habe ich jetzt nicht vergessen. Ja, ist egal. Und das habe ich was, äh, was hier geschrieben. So, und das ist mein OneNote Info. Einfach schreiben, hier geschrieben. Wenn man hier geschrieben, das Titel kommt hier als Seite. Und hier die Seite oder AdPitch, wenn man AdPitch klickt, dann kommt ein neuer Patch hier. Und hier schreibt man einfach Neuer Patch. Ja, einfach Neuer Patch. Ja, guck mal hier. Einfach schreiben, hier ist Neuer Patch. Wenn man wieder auf Neuer Patch klickt, dann kommt sofort Neuer Patch. Und das ist sehr schön von, äh, Microsoft. Und hier kann man die Page deleten, sowas einfach. Und hier ist einfach schreiben, kann ich auch delete machen. Ja, und jetzt gibt es gar kein Page. Und OneNote benutzt nur die, die Sektion. Wenn man weiter Sektion machen, hier ist einfach auf dem Blog direkt, Neuer Sektion. Wenn man hier, äh, daneben, äh, rechtgelegt und hat gesagt, auch Neuer Sektion und auch Neuer Sektion Group. Neuer Sektion Group klickt und soviel Grupp hier, das ist soviel, äh, Grupp, äh, acht, neun oder zehn oder fünf, äh, Sektion ist als Grupp. Wenn man hier klickt und sieht man hier soviel Grupp. Ne, so was das. Äh, ja, 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 ist das so. Ich möchte jetzt die New, das delete machen auch und so kann man delete machen. Okay. Ich hoffe, dass ich verstehe, wie man das OneNote benutzen kann. Und zwar, äh, und zwar möchte ich einfach zu sagen und möchte ich auch mein, äh, ach so noch ein wichtiger Punkt sagen und wenn man möchte die Notebook, äh, die Notebook, äh, äh, delete machen. Wenn hier klickt, äh, da kommt hier Notebook Recycle Pin und geht auf Recycle Pin und delete Page. Äh, vielleicht, äh, so geht nicht einfach. So geht nicht einfach von hier, dass man, äh, äh, delete den, äh, ne, die Notebook, wenn immer klickt und delete nicht hier hat gesagt. Utems are, äh, äh, permanently deleted after 6, 16, 3. Right Click. Right Click. Von hier, äh, delete man nicht sofort. Sünden kommen hier, äh, 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 guck wo genau dein, äh, äh, WarnNote benutzen ist. Hier klickt und klickt einfach Move. Und nun hat schon gelegt. Und noch eine wichtige Sache möchte ich sagen. Und braucht man nicht, dass die, äh, äh, einfacher speichern. Das braucht man nicht speichern. Sondern es speichert selber automatisch. Es speichert selber automatisch. Und jetzt, man, wissen. Ja, das Video hier schon vorbei. Und möchte ich Tschüss sagen. Bis nächstes Mal.